So, los geht's dann. Wären wir mal gucken, dass wir das hinkriegen. Ja, das behindert jetzt mein Holz. Arschgeier. So. Toll, ich hab keinen Bock, dass die alle hier hacken. Find ich ein bisschen kackiges. So. 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 Hey zusammen, hier ist der Bandstar und es geht weiter mit den Minispielen. Äh, wir spielen jetzt Super Paintball. Ähm, ohne den Fehler direkt wieder zu machen. Geh nochmal so. Komm, rein damit. Ähm, und schauen. Ja, servisvoll. Super. Ähm, ich könnte mir ja einen Shotgun kaufen, aber mein ich nicht. Ich bin ein Rifle-Kid. Bisschen Blu. Oh, viel Q. Bisschen Blu, viel Q. Ich bin das Nerde Team mit Böse. Böse. Ihr swept Team with... Aha. Okay. Ich war also Feuerblau. Toll. So. Ich weiß nicht, war ein ganz normales Paintball und das hier die Waterbombs, um einen wiederzubeleben. Ich schieße mir nochmal genau so. Ich schieße mir nochmal genau so. Stoppt. So. Super. Drei Leute. Wir haben's geshoppt. Die anderen Bitches dran. Bull, never got you real. Böse. Mwahaha. Böse. 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 Ah, ich jetzt mal hier an dem Team. Ich bleib jetzt mal hier an dem Team. Ahmm. Und. Darüber machen wir manchmal drei Runden sogar. Rundes macht das Spiel Spaß. Muss ich nicht so sagen. So, das Problem ist immer die Wartezeit. ib ich n bisschen lang kaputt. Ok, man kann sie akzeptieren. Was steht denn hier? Skyland Parcours. Coming soon. Ja, diese ganzen Coming Soons, die kommen eh nie. Die hängen jetzt schon seit einem halben Jahr da. Das ist schon etwas länger her, als ich das letzte Mal hier gespielt habe. Ähm... Und die stehen schon echt viel lange. Also... Hier kommt alles aus Deutschland. Und... Piss... Wie mach... Nee... Kein Bock zu schreiben. X-Plate? Kann ich irgendwo? X-Plate 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 Egal. Oh nein... Oh nein, diese Karte hasse ich so... Ich muss die Pen... Boah, nett. Bum 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 So wirklich? Beides verbrannt hat What the? Wie hat der mich denn das gekillt? Okay, das haben wir echt abgerockt Okay Hab weh Hab's halt ein bisschen besser angeschneiden Okay, ging wieder schnell Ich werd dann wirklich noch eine dritte Runde aufnehmen Ja, ist okay Schass Ich will sterben Ich will Ich will Sterben Ich 10 9 8 Ich sterbe nochmal Schade Okay Wieder die, die ist gut Die ist gut Die ist blau Rot Die ist gut Okay Okay Sniper Elite hier, Sniper XXD Oh, jetzt holen wir lieber weg Okay, gut, ich bedanke mich fürs Zuschauen, vergesst es nicht, einen Kommentar da zu lassen, was ich so zu verbessern habe. Lob und Kommentare, also Kritik empfange ich gerne, Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat, Daumen runter, wenn es euch nicht gefallen hat und dann halt warum nicht und was besser geht. Ich bedanke mich, bis dahin, tschöne Leute. Tschöne Leute, dann wird es irgendwie ein bisschen dauern. Ich sag mal, wenn es gleich losgeht, aber da oben ist wieder ein Hacker, glaube ich. Oh, scheiße. Ah, toll. Ich gucke mal nach einem Lobby, wo nicht so ein Mongos rumläuft.